Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rayman 3 Wir machen wieder weiter So wir sind jetzt weiter fortgeschritten in den Katakomben Ja mal schauen Hat ich schon getroffen So ich weiß jetzt nicht wo wir lang müssen also gehen wir einfach mal hier lang Ah ok Ok das sieht ganz gut aus Leute So Schön abpassen Ja Knapp den Knapp den Ja Knapp ihn Hey Kinder Knapp den Knapp ihn Knapp ihn Ok Ja, warum? Stört es dich? Nein, 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 natürlich nicht! Wie doof von dir! Guck mal. So. Ah, ok. Jetzt habe ich es verstanden, Leute. Jetzt habe ich es verstanden. So. Egal. So. Ich nehme das schon wieder ein. Da in die Dose. Und weiter geht's. Komm. Tja, jetzt eckert das bestimmt ein bisschen. Ah, hier ist doch niemand. So. So. Das war gerade keine gute Idee. Okay. Ja. Da. Oho. 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 Das ist richtig klar. Entschuldigung. Einspassen. Aha. Da. Da ist also schon für kochen. Oho. 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 Oh. Oho. 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 Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe gar nichts gesehen heute. Ach gut. Ich habe schon nichts gesehen. Ich komme wieder rein. So. Sehr gut. Ja, ich rette dich schon. Gut. Ich komme gerade sehr gut voran. Da oben. Hops. Da ist noch einer. Da oben. Komm. Da oben ist der. Ja. Sehr gut. Habs. Ich muss los. Meine Reifen aufpumpen. Dankeschön. So. Eine fehlt noch. Und dann haben wir dann wieder ein bisschen mehr Leben. Juhu. Sehr gut. Also doch fast einfach. Muss ich sagen. Hab das schlimmer gedacht. Ja gut. Hat das sieben Minuten gedauert. War schon ganz gut. Muss ich sagen. Könnte zwar besser sein. Aber ja. Was wir machen. Trotzdem schnell vorbeigekommen. Also vorangekommen. Schauen wir uns mal kurz. Schauen wir uns mal kurz hin. Habt ihr Lust am Samstag auf die GOM Party zu kommen? Ich würde gerne. Aber ich glaube nicht, dass mich Papa lässt. Er ist gleich 3-2-Moment. Nee. Nein. Also nicht wie ich ihn nicht hier war. Du glaubst. Ah. Jetzt sind wir hier. Stimmt ja. Manche von den Steinen sind wacklig. Deswegen muss ich hier ein bisschen auspassen. Das sieht man eigentlich auch ganz einfach. Der ist z.B. Wacklig. Hier sieht man, dass sie so komische Texturen haben. Hier sieht man das auch. Nee, ich glaub nicht. Lieber hier rutsch. Okay. Ich weiß wieder, wie es wuchsen wird. Sehr gut. Hups. Ich zieh schnell durch. Boah! Nein! Los, Rayman! Lauf! Hier ist ein. Hier ist ein Käfig. Ich weiß es. Wo ist das? Ja. Hier ist alles an. Aha, das ist also fast noch nie gefunden, Leute. Jetzt wieder hoch. Das war jetzt nicht so gut betimed. Hier. So. Das war super. Spur. Genau, hier sind wir richtig. So. Genau, hier ist einer. Der war hier. Kann ich mal hin. Und wir haben wieder mein Leben. Ich muss los. Pippi machen. Ich muss los. Aber jetzt weiter. Seit Evelyn tot ist, fühle ich mich so einsam. Niemand nimmt mich in den Arm. Jetzt ist los. Oh nein. Das ist noch schnell. Du auf Seite. Er gehört mir. Sie ist clever als Wettling. Das ist gut. Ich mag gute Leute. Ihr Hirn schmeckt viel besser. Wenn sie, die du dich in der Arena des Schicksals schlagen wirst. Okay. Geschafft. Das sieht echt brutal aus. Ob das... Ich weiß nicht, wie das sein soll. Gucken wir dann einfach mal. Mal schauen. Was ist denn bisher zu der Arena? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hey. Hey. Hier bin ich. Ruhe. Raymond. Ruhe. Ich sagte Ruhe. Hey. Das da ist mein Freund. Erst du wohl still sein, du dämliche Kröte. Reflux ist mein Champion. Und Teil Knarren hat ihn je besiegen können. Glaubst du wirklich, dass so ein armlosen Würfchen wie du eine Chance hast? Nein, Malibär. Ich bin sicher, dass dein Freund in der Arena erstrahlen wird. Sobald Reflux ihn in Brand gesteckt hat. Der Kampf möge beginnen! Oh nein. Jetzt geht's los. Oh, nix. Das sagt mir nix. Okay. Das heißt, es ist ein Bossfight in der Arena. Na. Den nehmen wir mal hier runter. Wir müssen immer die rote Durse einsammeln. Und dann so lange laufen, bis er aufgehört hat, es sich noch fehlen. So wie jetzt. Jetzt schickt er so Kugeln. Wir empfinden ihn jetzt so Dimension. Und dann muss ich mit deinem Hauptstück, ja. Ja. Jetzt aber wieder. Nein. Also, das kann man nicht sagen. Das war immer, hätte ich den Locker treffen können. Oh nein. So eine Art Uhr. Also, das kann man nicht sein. Ah. Missiles werden. Ja, ich habe noch ein bisschen damage und das gemacht. Das schwer nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Danke. Wir haben ja noch genug Leben, also das Innensprudel ist schon gepackt. Wir haben jetzt sozusagen einen Achtel abgezogen von der Seite. Wir haben ja noch eine Runde, dann muss ich wieder hoch. Also bis jetzt läuft eigentlich sehr gut, der Boss. Wir haben ja noch eine Runde, die wir haben. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich bin so zuhause, zu heften. Das ist schon ein Zähnungs. Jetzt haben wir einen Feuerwehr abgebaut, wenn wir weniger Platz haben, können wir flüschen. so ja passt so schon gut abgekürzt sehr gut sehr gut ja sehr gut ja so ich bin hier wieder also wir kommen sehr gut voran was es doch nicht so stark wie ich gedacht habe müssen wir was durchbrechen ok jetzt kommt das Tretter verpassen oh ja sowohl uh ja ja schnapp ja ja schnapp schnapp Ja, passt gut. Die anderen müssen noch treffen. So, und jetzt einfach nicht ausschweißen. Los, Rayman! Wir müssen hier rumspielen. Okay. Finalschlag. Jetzt aber. Ja. Super, Rayman! Oh, nicht! Halt endlich den Schnabel! Mach das nochmal an Eierkopf und die Späße nicht auf deine Zahnstocher! Juhu! Geschafft! Nice! Und 100% sogar! Noch besser kann es nicht laufen, oder? Ja. 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 Nein, das ist nicht wahr! Wer ist ja eigentlich der König? Raymond, du hast in der Arena heldenhaft gekämpft. Es zerreißt mir das Herz, aber gut. Reflux ist niemals zuvor unterlegt. Schnauze, du Idiot! Ich bin hier der König! Zur Belohnung erhältst du die Macht von Leptic! Oh, Leptic! Vater und Herr der Knaren! Verleihe diesem großen Krieger die Schrecklicht aller Kräfte! Jax! 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 Äh! Jax! Okay. so leute dann wird es sagen wer hat es gefallen im nächsten fall geht es dann weiter und es war schon ein cooler kampf aber ich habe ihn irgendwie schwieriger vorgestellt auch so als erinnerung hatte ich mich schwieriger gehabt aber gut hauptsache wir haben es geschafft und ja wir gucken dann was uns dann auch was für eine fähigkeit das ist was wir bekommen haben ja wenn das gefallen hat leute würde ich gerne daumen nach oben sehen und ja wird es gefallen ja wenn ihr mich schon nicht abonniert könnt ihr gerne kostenlos machen unten in unserem video ist ja gleich der abo button und ja bis zum nächsten mal von raime 3